Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Trains im World hier bei Nordrhein-TV-Play mit mir, dem Zengis. Es ist mal wieder soweit, es gibt neuen Content und zwar deutschen Content und zwar die Main-Spessart-Route bzw. Main-Spessart-Bahn. Ja und mit dabei ist zum Beispiel die Baureil 146 und vor der stehen wir ja gerade und mit der werden wir jetzt hoffentlich eine sehr schöne Fahrt von Aschaffenburg Hauptbahnhof bis nach Gmünd am Main haben. Und ja, auf der Fahrt schauen wir uns mal die Strecke ein bisschen an und gucken, was die Strecke so zu bieten hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil es ist mal wieder schön, wenn man sieht, dass der deutsche Umfang des Spiels ein bisschen wächst, weil für die deutsche Community ist das natürlich sehr wichtig. Und ja, ich muss mal sagen, quatschen wir nicht länger, sondern klemmen uns mal hinters Pult und machen es uns hier im Einheitsführerstand bequem. Also Einheitsführerstand sage ich jetzt mit Absicht, weil ob wir jetzt in der Baureihe 185 sitzen oder eben in dieser Lokomotive, das macht jetzt nicht den großen Unterschied. Aber ein paar Unterschiede gibt es und zwar die Technik. Deswegen schauen wir uns mal an, wie sich das Ganze so fährt und beziehungsweise wie sich das Ganze anhört. Jetzt erstmal können wir hier kurz, ähm, Moment, so, ist schon auf Normal. Aha, Moment mal. So, Spitzensignal. Jetzt haben wir es und jetzt können wir dann auch losfahren. Ich sehe gerade, wir rollen schon rückwärts, aber dem wirken wir mal kurz entgegen, indem wir mal Schub geben und dann geht es los, raus aus Aschaffenburg, Hauptbahnhof. Los Richtung Hüßbach. So, ich habe die AFB jetzt gerade nicht aktiv, aber, naja, belassen sie es erstmal dabei. So. Ja, schön. Also ich finde schön, dass man langsam merkt, dass die deutschen Strecken Zuwachs bekommen und vor allem es ist ja einmal die Strecke, die jetzt neu ist und eben auch die Lokomotive. Okay, die Lokomotive, muss man sagen, ist jetzt nicht so krass unterschiedlich im Vergleich zur Baureihe 185, die wir ja schon haben hier im Spiel. Aber es gibt zum Beispiel neue Güterwagen und auch neue Aufgaben. Also das werden wir uns auch alles mal ein bisschen angucken. Man soll zum Beispiel, also so sagt es zumindest der Trailer, man soll zum Beispiel auch Güterzüge schieben können jetzt. Also quasi als Aufgabe. Müssen wir mal schauen, wie das so umgesetzt ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, ansonsten Doppelstockwagen sind wieder mit am Start. Aber die kennen wir ja schon. Und, tja, die Lok würde ich sagen, ist halt insofern schön, weil man hat jetzt endlich was Vernünftiges für den Regionalexpress. Und das ist doch durchaus erfreulich. Ja, und die Main-Spessart. Ja, Main? Main? Habe ich es jetzt richtig? Ja, Main-Spessart-Bahn. Das ist auch irgendwie eine ganz interessante Route, finde ich. Weil da sind ja schon teilweise ordentlich Steigungen drin, ne? Wir befinden uns ja hier, äh, im bayerischen, beziehungsweise Rhein-Main-Gebiet. Beziehungsweise, ah, bayerisch, da wird jetzt wieder der ein oder andere auf die Barrikaden gehen. Weil wir sind ja hier, äh, in Unterfranken unterwegs, ne? Bayern-Unterfranken, das ist ja immer so eine Sache. Naja. So, ich muss mal ganz kurz in die Sache gucken. Und zwar soll es jetzt auch Zug-Ziel-Anzeigen geben, aber... Hm. Sie fahren, Sie fahren. Ich bin gerade überfragt. Naja. Fahren wir erstmal. Es ist auf jeden Fall eine deutsche Strecke, ne? Das ist jetzt gerade tatsächlich nicht so... ...wahnsinnig faszinierend. Aber das kommt jetzt gleich, später, weil da kommen noch so ein paar Viadukte und sowas hinzu. Aber wird schon ganz interessant. Sie fahren, Sie fahren. Ich frage mich eigentlich, was da rechts mir für eine Geschwindigkeit gerade angezeigt wird. Da wird irgendwas mit 100 kmh angezeigt. Jetzt geht's auf 140 runter. Sehr faszinierend auf jeden Fall. So. Zug-Beeinflussung, Zug-Beeinflussung. Ja, soundtechnisch. Haben wir ja jetzt schon ein bisschen reingehört, würde ich sagen. Hm. Zug-Beeinflussung. Ich weiß noch nicht so ganz, ob das so charakteristisch die Baureihe 146 widerspiegelt. Zug-Beeinflussung. Zug-Beeinflussung. Weil ich meine, die Baureihe 146, die heult ja auch so ein bisschen schön vor sich hin. Also ich finde das ja ganz angenehm. Aber das höre ich hier jetzt gar nicht so dominant, finde ich. Hm. Sehr fasziniert. Ja, wie ich schon gesagt habe, also es gibt jetzt auch neue Güterwagen, also zum Beispiel Autotransporter und so weiter und so weiter, weil hier sind ja auch schon einige Güterzüge unterwegs. Also Güterverkehr und Personenverkehr dominiert hier wieder beides gleichermaßen quasi. Ich muss jetzt gerade gestehen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Szenarien es für die Baureihe 185 und für die Baureihe 146 jeweils gibt. Bei den Standardszenarien ist es wieder der übliche Umfang, sprich man hat hier und da so fünf handerlesene Szenarien, aber mehr ist das nicht. So, was mir wieder auffällt, irgendwie ist das ganz interessant. Also man hat hier in Trains & World alle Einstellungen vorgenommen, zum Beispiel, dass unten nicht mehr diese komischen Wagen Positionierungshilfen sind und dann installiert man neues DLC und weg sind sie alle. Finde ich irgendwie komisch. Hm. Na gut. So. Bringen wir jetzt doch mal hier zum Stillstand und dann wieder auf mit den Türen. Und dann gucken wir uns ganz kurz den Bahnsteig an, weil den finde ich tatsächlich gerade irgendwie echt schön. Weil der hat so diese komische, etwas grobe Asphalt. Textur und diese schon echt sehr gut verwaschenen Markierungen hier. Das sieht recht schick aus. Nice. So. Also wieder rein, geht ja gleich weiter. Ja, ansonsten Doppelstockwagen kennen wir ja schon, wie die aussehen. Wie gesagt, das einzig neue oder das einzig neue beim Rollmaterial oder beim selbstfahrenden Rollmaterial, so muss man sagen, ist halt die Baureihe 146. Also ich fände irgendwie schön, wenn so ein paar deutsche Altbau-Lokomotiven dazukommen, sowas wie Baureihe 155 oder Baureihe 110. 103 wäre natürlich schön, sowas historisches. Wenn es dann irgendwann mal so ein historisches Paket gäbe. Das wäre das Optimum. Das gibt es ja auch schon für den englischen Raum. Deswegen fände ich eigentlich ganz nett, wenn sie es auch für den deutschen Raum machen. Weil es gibt doch so viele schöne deutsche Lokomotiven, die wirklich Stil haben, wo man sagt, ja, könnte man sich doch vorstellen hier, ne. Deswegen hoffe ich da auf die Zukunft. So, nächste Station ist auf jeden Fall Laufach dann. In 2,3 Meilen. Wisst ihr was, das stelle ich jetzt mal ganz kurz hier oben. Wo habe ich es denn? Hier, Imperial. Metrisch. Und dann stellen wir nämlich noch hier Markierung aus, Markierung aus. Äh, aus. Alles aus. So, jetzt passt's. Ja, so müsste es passen. Und jetzt ganz wichtig, anlegen. Weil sonst ist es weg. So. Und jetzt ist es nämlich alles ein bisschen übersichtlicher und schöner, finde ich. Also es ist geordneter und minimalistischer, weil... Ich mag es nicht, wenn die ganzen Informationen so hier die ganze Zeit im Sichtfeld rumspirren. Das stört irgendwie das Gesamtbild. So. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, die PZB tut's auch. Wir waren nämlich gerade definitiv über 40. Zwar nur kurz, aber das hat gereicht. So, jetzt sind die Bremsen gleich wieder los. Und dann geht's schon weiter. Wir sind übrigens gerade an einem schönen Frühling-Tag unterwegs. Weil ich dachte mir... Ein bisschen kräftige Grüntöne... ...sind schon schön. So, hier sieht man übrigens was sehr Schönes. Und zwar die Kurvenüberhöhung. Die ist wirklich sehr schön dargestellt. Und ich meine, wenn man sich überlegt, wie man hier beim Train Simulator angefangen hat. Also, die ersten Strecken, Kurvenüberhöhung, was ist das? Und jetzt ist es halt hier schon standardmäßig drin, bei den ersten paar Strecken. Aber muss ja so sein. Es muss ja einen Fortschritt geben. Ich meine, wäre traurig, wenn es wieder zurückgeht, ne? So. Und wenn wir jetzt noch das grün leuchten... ...beziehungsweise generell dieses Strahlen der Signale rausbekommen... ...dann sind wir doch alle glücklich, oder? Ne, ich finde tatsächlich, es sieht schön aus. Es fährt sich schön. Ich finde, der Sound könnte noch ein bisschen... ...intensiver 146er sein. Ich weiß nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Weil ich finde, da fehlt irgendwie noch eine Nuance. Die das Ganze schön macht. Beziehungsweise irgendwie kommt es gerade nicht so authentisch rüber. Aber würde mich echt interessieren, wie ihr das seht. Weil das ist ja alles immer ein bisschen... Jeder hört das ja anders. Jeder nimmt das anders wahr. Ich meine, ich kenne die Baureihe 146. Ich erlebe sie des Öfteren in Bahnhöfen und so. Aber... Naja... Kann man das dadurch jetzt wirklich... ...problemlos und eindeutig erkennen und differenziert hören? Das ist immer schwierig. Aber ich finde, es fehlt was. Und das kann ich, glaube ich, auch schon sagen. Dazu bin ich befugt. Das ist ja so lustig. Also es heißt ja bei Trains in the World immer, dass man hier wirklich einsteigen kann in das Leben eines Triebfahrzeugführers. Ja... Aber es sind halt immer noch so Sachen, wo man definitiv merkt, es ist halt trotzdem nur eine Simulation. Aber das ist jetzt auch nichts verkehrtes, weil... Ist halt so. So. Nächste Station, Lauffach. Ansagen wären halt noch schön. Also Zugzielanzeige soll es hier jetzt geben. Allerdings, ähm... Weiß ich gerade, um ehrlich zu sein, nicht, wo ich die hier einrichten soll. Na, jetzt sind wir ein bisschen weit gefahren. Aber sollte passen. So, jetzt ganz wichtig, Türen auf der linken Seite verriegeln. Das ist immer noch eine sehr nette Sache, finde ich, dass man hier das wirklich manuell einstellen muss. Weil sonst gehen die Türen halt auf der falschen Seite auf und alle ärgern sich. So, jetzt gucken wir aber nochmal hier. Ist nicht hier irgendwo... Ach, da oben! Ich depp. So, Moment mal kurz. Nicht einsteigen. So, das sind wir da, oder? Da sind wir in RE. RE. Nach Würzburg? Ja, machen wir RE nach Würzburg. Dann fahren wir halt nur bis nach Gmünd und dann geht er halt weiter nach Würzburg. Und jetzt haben wir tatsächlich Zielanzeige. Super. Okay, es tut mir leid, dass ich das jetzt nicht gecheckt habe. Dass ich nicht nach oben geguckt habe. Ähm, es ist eigentlich recht offensichtlich. Ja klar, da oben. Dieses kleine Instrument ist auf jeden Fall die Zugzielanzeige. Das heißt, alles mit am Start, was am Start sein soll. Sehr schön. Weil das ist tatsächlich eine Sache, die hat einigen wirklich sehr gefehlt. Und das zurecht. Aber ich finde, das sollte schon drin sein. Und jetzt halt noch hier ein elektronischer Buchfahrplan. Mh, das wäre schön. Aber das ist echt so das Schönste, glaube ich, wenn das eingeführt wird oder werden sollte. Weil dann haben wir es wirklich echt nett hier. Zugzielanzeige, elektronischer Buchfahrplan. Was fehlt denn da noch so? Was sind eure Lieblings-To-Do-Sachen? Sachen, äh, also Sachen, die die Entwickler machen sollten eigentlich so. Eure Lieblingswünsche, sage ich mal. Das würde mich mal interessieren, weil mir fehlt zum Beispiel eine vernünftige Ebola-Integrierung. Also sprich, dass man einfach das Spiel hat und direkt einen Fahrplan hinterlegt hat. Gerade bei diesen Standardstrecken, also die Strecken vom Entwickler. Wenn jetzt der Entwickler von irgendeiner Free-Rash-Strecke jetzt nicht unbedingt Lust hat, sowas zu entwickeln und sowas zu integrieren, das kann ich verstehen irgendwie. Aber gerade bei solchen Strecken hier, die wirklich vom Hersteller selber, also vom Entwickler selber stammen, dann, da fände ich es schon cool, wenn man einfach direkt einen elektronischen Buchfahrplan da hätte. Ja, das wäre so mein Wunsch. Hm. Und es gibt die Displays ja und man kann auch die Tasten bedienen. Das ist es halt so, ne? Das ist so ein bisschen, es ist alles da, aber letztlich dann doch nicht. Ich bestätige übrigens fast alles, weil bestätigen macht frei, ne? Also, ne, das ist jetzt Quatsch, aber es ist tatsächlich so, dass ich recht viel bestätige. Und zwar nur, weil ich einmal gehört habe von einem Lokführer, frei nach dem Motto, man kann dann auf jeden Fall nachweisen, dass man es gesehen hat. Ne? Weil letztlich kann man dann im Nachhinein sagen, auf jeden Fall, wenn dann irgendwas passiert und dann heißt es so, ja, sie haben das Signal ja nicht gesehen, ah, Moment, ich habe es bestätigt. Auf der anderen Seite kommt es natürlich auch komisch rüber, wenn man wirklich alles bestätigt, weil dann könnte man ja auch meinen, so, ah, der hat vielleicht gar keine Ahnung, was er da gerade tut. Der bestätigt ja wirklich ausnahmslos alles. Naja. So. Ja, hier sehen wir jetzt auch schon ein bisschen so dieses wunderschöne Tal. Viel Grün haben wir hier und wir merken, es geht auch bergauf. Weil sobald ich hier einmal kurz ein bisschen Schub wegnehme, dann geht die Geschwindigkeit sofort runter. So was finde ich unnötig. Ich will keine Belohnungssysteme hier in einem Simulator haben. Ich weiß gar nicht, es steht ihr darauf. Braucht ihr ein Belohnungssystem in einem Zug-Simulator, der euch sagt, Jo, super, herzlichen Glückwunsch, ihr seid 14, noch was Kilometer gefahren. Weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich halt echt nicht. Naja. Hätten sie ein bisschen dezenter machen können. Wenn es jetzt irgendwie rechts unten aufgeplöppt wäre, dann hätte es mich nicht gestört, dann wäre es halt da. Aber so ist es ein bisschen krass auffällig und ein bisschen krass störend, finde ich. Naja. Gut. Ich verstehe es tatsächlich nicht, warum man da so einen Wettbewerb rausmachen muss. Ich finde es echt gerade gut, dass ich nicht mit AFB fahre, weil so merke ich echt, wie sich die Strecke hier verhält. Also ob die jetzt abschüssig ist, aufs Berg auf geht. Man kriegt halt echt ein Gespür dafür. Das finde ich zum Beispiel schön jetzt, diese Signale. Weil das ist etwas, was die Strecke dann besonders macht. Weil sowas haben wir jetzt bei den anderen Strecken jetzt nicht gehabt. Dementsprechend finde ich das gut. Weil ich finde, jede Strecke sollte so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal haben, wo man dann sagt, jo, da hat man zum Beispiel die und die Herausforderung. Gefällt mir. Gerade hier der Bahnhof Heigenbrücken ist echt schön. Also gerade, wenn man so aus dem Tunnel rauskommt, äh, gefällt mir. Ja, da hört man jetzt zum Beispiel ganz klar Baureihe 146. Ist hier jetzt eigentlich Zustieg und Ausstieg auf beiden Seiten erlaubt? Ich kenne die örtlichen Gegebenheiten nicht, deswegen, äh, weiß nicht. Machen wir mal einfach. Alle verriegeln, alle Türen entriegeln. Ja, probieren wir es mal aus, ne? Also kann ja jetzt nichts passieren. Außer wir haben, äh, ne, wir haben genau richtig geparkt. Und, äh, wir fahren jetzt auch direkt mal los. Also Türen verriegeln und ab geht die Luzi. Werden die Türen dann mal zugehen. So. Wunderbar. Und auf geht's. Na, warum will er denn nicht? Habe ich den Zug kaputt gemacht? Habe ich den Zug kaputt gemacht? Bremsen gelöst. Hängt auch am Saft. Aha. Aha. Et voila. Auf geht's. Sehr schön. Ich hatte gerade kurz Angst, dass ich ihn kaputt gemacht habe. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Oh. Zwangsbremsung. 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 Ja, ähm. Zwangsbremsung. 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 Ich hätte sowieso noch nicht anfahren dürfen. Wird mir gerade bewusst. Hm. Ja, das gäbe jetzt richtig Ärger, weil ich bin jetzt angefahren, obwohl da hinten eindeutig erkennbar ist, dass das nächste Hauptsignal rot zeigt. Hm. Verweigert. Ja gut. Ähm. Kommt da gerade wer? Hm. Ist jetzt mysteriös. Schau mal kurz. Sonst Sache. Es ist rot. Können wir mal hier so ein bisschen um die Ecke gucken. Oh, da kommt doch nichts. Da ist das nächste auch rot. Haben die uns jetzt echt die Fahrstraße dicht gemacht oder was? Wäre schade. Ja, wir sehen auf jeden Fall, wir schlängeln uns hier gleich noch schön durch, aber... Äh. Puh. Was? Was? Oh, ich dachte gerade schon. Puh. Ich habe gerade einen Schock bekommen. Äh, die Wagen wurden noch nicht geladen, weil ich bin so weit weggegangen, dass er den Zug schon ausgeblendet hat, um eben Rechenleistung zu sparen. Ja, und dann hat man halt den Salat. Hm. Äh, ja gut. Was machen wir denn jetzt? Verweigert, keine Strecke verfügbar. Ich schaue jetzt noch mal nach, was da eigentlich gerade Sache ist. Nein, ich will, ich will... Hm. So. Kommt da wer? Nö. Alter, der ist jetzt ärgerlich. Der ist jetzt echt ärgerlich. Das heißt, alles ist frei. Aber wir dürfen nicht. So, jetzt... Ich fahre jetzt einfach mal vorsichtig bis zum Haltesignal und schaue mal, ob irgendwas passiert, weil ich glaube tatsächlich, dass es sich hierbei um einen Bug handelt. Und nun? Und nun? Verweigert. Keine Strecke verfügbar. Das Blöde ist, die Strecke ist komplett frei. Och, nee. Ich mach's nur ungern, aber ich wollte eigentlich die Strecke zeigen. Also, von daher, ähm... Ihr habt ein bisschen Schiss. Zug-Beeinflussung. 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 Ja, Kluzifix. Ja, schade. Was ist denn der letzte Checkpoint? Laden wir mal den letzten Checkpoint. Schauen wir mal rein. Ja, gut. Dann will ich sagen, äh, dann, äh... War's das an dieser Stelle? Was ist das? Achso, das ist oben von einem Masten. Das ist übrigens eine ekelhafte Unterführung hier. Also, da möchte ich nicht nachts durchrennen. Äh! Kriegt man ja Angstzustände. Ja, gut. Dann war's das an dieser Stelle. Autotransporter-Szenario beginnen. Ne, das wollen wir jetzt gerade nicht. Äh, schauen wir uns in der nächsten Folge mal was anderes an, ne? Also, bis dahin. Tschüss! Euer Zenges.